hallo und herzlich willkommen im kanal angel readings ich bin gerade so ein bisschen dabei ich habe ein neues intro das wollte ich jetzt eigentlich mal benutzen aber offensichtlich hat sich funktioniert wie man sieht na ja ist ja auch egal herzlich willkommen ja schön dass du da bist schön dass du dabei bist zum schönen orakel am dienstag und ich hoffe es geht dir gut ich hoffe du hast auch schönes wetter bei uns scheint die sonne ist es herrlichst warm also alles ist wunderbar die vögel zwitschern ich sitze im dachgeschoss und mir ist einigermaßen warm aber gut das macht nichts wir wollen natürlich heute auch mal wieder ein schönes orakel machen ja für die kollektivenergie ich sage es ja immer wieder das heißt ich bekomme eine vorherrschende energie rein die lege ich dann natürlich auch das kann natürlich daher ganz gut sein dass du in resonanz gehst dass es sich für dich stimmig anfühlt muss es aber nicht das ist eine legung für die allgemeinheit wenn du nicht das gefühl hast oh das ist ja genau mein thema und das fühlt sich so an als wäre es für mich du hast auch herzschmerz die geht es nicht gut ja du 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 leidest du brauchst bisschen hilfe unterstützung dann melde dich natürlich gerne bei mir meine nummer ist ja immer unten unter jedem video in der infobox also alles total unkompliziert bei mir schreiben wir einfach eine whatsapp dann bin ich natürlich für dich da na ja was legen wir denn heute die frage die wir heute legen ist auch eine ganz ganz interessante und zwar geht es darum ja werdet ihr denn in eine feste beziehung gehen oder noch mal in eine feste beziehung gehen das ist natürlich eine sehr sehr wichtige frage wenn man so ein bisschen an etwas festhält und weiß nicht so ganz genau ja wie tickt der denn überhaupt wird das was oder du hast überhaupt erst mal einen im kopf na das kann man ja auch mal erfragen ob das was wird dann bist du jetzt hier genau richtig und da schauen wir natürlich erst auch mal in die karten hinein deswegen mache ich mich jetzt mal klein dann machen wir mal die kamera an kameramann palim palim gib mir ein bild ja da bist du ja auch schon so ok dann würde ich sagen meine lieben wir suchen uns mal wieder den herrn der schöpfung heraus wo ist er denn ach da ist er ja auch schon so dann legen wir den jetzt mal schön raus und dann nehme ich dich wie immer mit auf eine kleine meditation damit man mal ein bisschen den alltag raus bekommen damit wir mal ja ein bisschen in die entspannung kommen um dann auch an die energie ranzukommen und dazu möchte ich dich bitten einfach mal deine augen zu schließen sich gemütlich hinzusetzen oder es dir bequem zu machen keine beine keine arme über kreuz und da gehst du einfach mal in die atmung rein und atme es ganz bewusst ein und aus und das machst du ein paar mal du merkst wie sich dein brustkorb hebt und senkt du kommst zu langsam in die entspannung rein und atmest gutes licht gute energie ein und den ganzen alltag atmest du aus und wenn du merkst dass dein körper so ein bisschen in die entspannung reinkommt ja dann fängst du schon an und stellst dir deinen wunschpartner vor deinem geistigen auge vor du siehst ihn vor dir du spürst ihn und nimmst ihn wahr wie er vor dir steht wenn du an der energie bist oder an die energie darfst dann kribbelt meistens immer in der brust gegend und dann stellst du ihm jetzt die frage werden wir in eine feste beziehung gehen ok so da würde ich sagen wir sind so ein bisschen angedockt ich hoffe es hat funktioniert meistens kribbelt hier drin so ein bisschen wenn die energie da ist das spüre ich immer sehr oder extrem bei manchen funktioniert dann tatsächlich auch sehr sehr gut ist aber auch so eine kleine übungssache also wir machen es wie immer wird das mal eine feste beziehung zwischen euch da mischen jetzt noch mal ich nehme mal wieder die wunderschönen human dreams karten die mir ja da meine tante uli geschenkt hat sondern ist auch schon eine 1 2 3 4 5 jetzt brauchen wir noch drei karten eine noch und da haben wir sie auch schon so noch mal zählen 1 2 3 4 5 6 7 8 nein die letzte kann weg ok was machen wir nach den mission ja wir schauen immer mal an die unterseite des decks und was haben wir denn da ja sag so der sag ist ja immer so eine karte das muss nichts schlimmes heißen na also das sagen natürlich auch gerne mal eine schöne karte weil man sagt okay da geht etwas zu ende und etwas neues darf beginnen so da haben wir nämlich jetzt auch noch mal die schlange die nimmer gleich mal mit raus ich nehme ja gern auch mal zwei klärungskarten wer schon ein reading bei mir hatte das mache ich immer intuitiv und dann schauen wir mal was wir so haben wo 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 okay meine lieben jetzt muss das nur noch einigermaßen gerade sein natürlich der kleine monk schreit so ja passt doch schon soweit okay wollen wir loslegen wollen wir einsteigen also die frage ist ja die werdet ihr mal in eine feste beziehung gehen das heißt ja dass du eigentlich schon bereit bist eine beziehung einzugehen mit einem wunschpartner die frage ist ja jetzt nur noch möchte dass dein wunschpartner denn auch na da schauen wir klar hat man gerade mal rein wenn ich mir die hauptenergie so ansehe der sag der turm die schlange dann kann es natürlich schon auch hier gut sein dass bei ihm gerade so ein bisschen eine transformation stattfindet etwas altes geht zu ende und da habe ich ja hier den turm und die schlange also die trennung von einer anderen frau liegen vielleicht ja weil der turm sie auch gerne mal weil die karte für rückzug für trennung und die schlange deswegen habe ich sie mit rausgenommen ist natürlich auch ja eine karte für deine rivalen für eine andere frau und hier tut sich was also sieht mir aus als hätte er sich gerade von etwas gelöst ja hätte sich quasi frei gemacht im übertragenen sinne nur ja dass bei ihm hier gerade so eine transformation stattfindet wahrscheinlich ziehen ihn seine gedanken schon in deine richtung weil hier schaut es ja auch schon mal sehr sehr schön aus der reiter und der mond und der stern ja also der reiter natürlich eine karte wo man sagt gute nachrichten positiver aufbruch ja da passiert etwas schönes ja gute gedanken also seine gedanken gehen hier schon in richtung klarheit fülle wunscherfüllung ja dass dieser mann der sich jetzt hier wahrscheinlich scheinbar irgendwo gelöst hat oder aus irgendeiner beziehung zurückgezogen hat die guten gedanken an eine wunscherfüllung hat und an klarheit hat ihm ist hier etwas klar geworden ja a ist ihm wahrscheinlich klar geworden dass er sich hier erst mal zu lösen hat zu trennen hat ihm ist wahrscheinlich auch klar geworden dass er ja zu hause wo er jetzt ist ja auch nur unruhe nervosität und aufregung erlebt und ein kleines glück hat ja also diese reihe sagt mir schon ja da wo er herkommt das hat er ja auch im kopf ist hier gerade so ein bisschen die unruhe drin die nervosität vielleicht in der beziehung die er hat oder hatte da hat es natürlich mal überhaupt nicht rosig ausgeschaut da liegt ja auch noch der klee und der klee wissen wir ja das ist so die karte für das kleine glück na also besonders schön hat er es nicht gehabt da wo er war deswegen schaut es mir hier schon so aus als hätte er sich von einer beziehung oder einer partnerschaft gelöst in der er da irgendwie festgesteckt war in dem er es ihm nicht mehr gefallen hat ja also das sieht man hier ganz deutlich und seine gedanken sind tatsächlich schon bei dir bei der wunscherfüllung bei der klarheit ja also der stern ist ja hier eine ganz ganz tolle karte und der reiter und der mond das sind einfach nur gute gedanken positive gedanken an eine wunscherfüllung und das hier das ist der wunsch schon mal definitiv nicht also wir haben hier ein mann der sich gerade irgendwo gelöst hat gute vorstellungen hat hier geht es ja auch um dich das ist hier das was er gerne hinter sich lassen würde oder hinter sich gelassen hat mit recht wenn ich mir das alles so anschaue und hier unten liegt er ja auch ja er hat eine basis ein fundament und die guten nachrichten im kopf ja was dich angeht und er schaut auch auf die liebe also hier geht es um eine neue liebe ja alles neu macht der mai da schaut er auch schon drauf und hier ist auch noch der park gefallen also er das herz und der park eine neue öffentliche liebe eine offizielle partnerschaft die er da mit dir anstrebt also der mann hat ja hier einiges erlebt lässt jetzt einiges an ballast hinter sich ja er hat ganz klare vorstellungen was er will und hier ja er schaut ja auf die liebe und auf den park drauf das heißt wenn du mir jetzt wenn du mich jetzt nach einem reading gefragt ist ob ihr da mal in eine beziehung geht würde ich hier auf jeden fall mal sagen ja auf jeden fall definitiv weil er ist gerade aus irgendwas raus was überhaupt nicht schön war und er kann sich mit dir viel viel schöneres vorstellen da schaut es tatsächlich jetzt mal richtig gut aus also wie gesagt das freut mich natürlich immer wenn die karten gut fallen das wunderbar und von daher kann ich dir diese frage absolut mit ja beantworten dieser mann ist auf der suche nach einer schönen beziehung ja mit guten nachrichten mit einer festen basis mit einem fundament er will die liebe öffentlich machen er möchte all das hinter sich lassen also da schaut es doch schon mal hervorragend aus würde ich sagen na ja meine lieben wunderbar wie gesagt wenn das sich stimmig angefühlt hat für dich dann freut es mich natürlich sehr wenn nicht schreib mich gerne an wenn du kummer hast wenn es dir nicht gut geht wenn du auch mal einen ratschlag von einem mann möchtest was deine ja dein herz schmerz angeht wenn du das wundersame wesen mann nicht verstehst werde ich dir natürlich auch helfen von daher melde dich gerne ich freue mich auf deine nachricht und ja dann bleibt nur noch eins zu sagen wenn du mir eine freude machen willst abonniere gerne den kanal dann bist du ja teil der schönen angel readings community freue ich mich wenn du dabei bist und dann ja bleibt gesund sei lieb zueinander und achtet auf eure zeichen also bis dann bis dann